so lieben wir sind in paris in einem gewerteten match nicht mehr auf dem pta sondern auf den public ram ich habe mercy gepickt was trust me i'm god widow maybe wenn er kein smurf ist wieso soll er dann gute widow sein dann wäre er nicht im selben im selben team ich stehe scheiße wollt ihr mich verarschen wie steht ihr denn alle we're so she'll tank so so scheiße ich würde jetzt am liebsten schreiben keiner achtet auf den hiel aber ganz ehrlich ich stand einfach bekackt schlecht ich habe mich irgendwie in diese blöde in diesem blöden raum locken lassen oh ne 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 nein boah ohne schatten boah das regt mich richtig auf wir hätten diesen punkt retten können und was mache ich ich idiot springe rein um diese person zu hell zu retten nicht drauf zu achten was ich oder nicht darauf achten was ich denn höre ich meine jetzt mal ganz ohne scheiß ich habe doch gehört dass er sein ultimate gesetzt hat fuck ich bin richtig schlecht gerade ich habe ich komme nicht dazu mercy auszuspielen auszuspielen ich kann es ultimate noch nicht zünden jetzt jetzt ah fuck er hat lucio gepickt spielt keine rolle mehr boah das war richtig schlecht in was weniger als vier minuten vier minuten oder was die kann ich gerade mal während der verraten wo man irgendwelche die p&s sehen kann Gibt es hier echte DPS-Werte? Ich habe noch nie DPS gesehen. Jetzt geht hier im Chat los. Warte mal, ich mach mal den Kopf runter. You're on DPS. Holt euch doch einen runter auf eure Zahlen. Ganz ehrlich, wenn ihr gut spielt, spielt ihr gut. Wenn ihr schlecht spielt, spielt ihr schlecht. Dann haben wir nur einen Tank. Versuchen wir es mal. Okay, I changed the tank. Okay, my healing was terrible as fuck. Okay, I changed the tank and let's try it. Word! Drei, zwei, eins. Ich nehme dieses Angriffsziel ein. Ich wurde echt übersehen, oder? Einfach so. Boah, guck mal, wie ich schwitze. Ist ja eklig. Oh nein, jetzt erobern die den Punkt und ich muss voll weit laufen. Ey, das soll nicht heißen, dass sie aufhören damit. Kommt schon. Kommt. Oh Mann. Ja, ja, ja. Oh, gut. Jetzt kriege ich aber richtig saures, ne? Kommt schon, kommt schon, ich bin extra durchgebrochen. Jetzt macht doch was draus. Macht was draus, bitte. Wuhu, wuhu, wuhu. Affenparty, 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 Woo. Wie geil war das denn? Oh, schön. Boah, ich bin am glänzen. Guck mal. Ey, wir haben mitten im Sommer, es ist arschheiß draußen. Oh, komm, wir haben mitten im Sommer. Okay. Ich bin am glänzen. Ich bin am glänzen. Ich bin am glänzen. Oh, komm, ich bin am glänzen. Super. Ganze Ultimate verballert für den einen Typen. Ja, das ist das Wunder der Wissenschaft. Oh, das war aber eine enge Angelegenheit, oder? Komm schon. Ich bin echt gut. Ich, oder? Ich lenke, und zumindest glaube ich das. Wie spielt man denn den Affen? Spielt man den nicht so? Man hüpft durch die Gegend, schreit wild um sich und hofft, dass alle auf einen Schießender mit alle anderen... Fuck. ... und auf einen Schussballstug. Sammeln! Lucian, kommt zu spät. Informations. Meine ultimative Fähigkeit ist hier ein Eins. Mein Ultimative Kampf. Das war's für heute. Das wird nix mehr. Das wird nix mehr. Das war's für heute. Das wird nix mehr. 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 Wo sind die denn alle? Haben die sich echt, während ich vorbeigeschlichen bin und den Zielpunkt getappt hab, haben die sich da vorbeigesch... äh, haben die sich alle abmetzeln lassen oder was? Das heißt, wenn die jetzt nur das erste Drittel von diesem Zielpunkt tappen und erobern... Wir brauchen nix mehr. Wir brauchen nix mehr. Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ich habe die Support 2 und... Okay, can Bastion look at the right side or where are you sitting? Okay, yes. Have you the right side in your eyes? I was killed by Tracer. Tracer. Pfft, keine Chance gehabt, oder? Keine Chance gehabt. Und jetzt da werden sie einen nach dem anderen niedergemetzelt. und ich gehe auch noch voll den dummen umweg einer nach dem anderen Tracer Tracer können wir definitiv bewerten und den hier, der hat mir auch mal umgehauen Okili, Dokili Ich habe mehrere Level gemacht aber auf dem PTA Käse Okay, gut Das war es, bis zum nächsten Mal Ich sage tschau